Ich habe mein Pferd Bombastik innerhalb von vier Wochen fünfmal starten lassen, wobei die ersten zwei Resultate nur befriedigend waren. Dann habe ich die Equusierbox beibezogen und ab diesem Moment habe ich empfunden, dass das Pferd sich schnell regeneriert und wieder seine volle Leistung bis zum Schluss bringt. Ab dem dritten Rennen hat das Pferd wieder voll bis zum Schluss das Rennen fertig gemacht. Ab dem vierten Rennen hat er gewonnen und beim fünften Rennen hat er einen sehr guten dritten Platz erreicht gegen sehr gute Pferde. Ich denke, kein Trainer würde sein Pferd fünfmal innerhalb von vier Wochen laufen lassen. Ich habe es bis an ihn auch nicht gekannt und konnte es mir nicht vorstellen. Trotzdem wollte ich es zusammen mit der Equusierbox versuchen und wagen und habe festgestellt, dass das Pferd ab Therapiebeginn bessere Leistungen gezeigt hat für den Finish, vor dem Rennen ruhiger war und an Selbstvertrauen gewann. Ich werde Bombastik weiterhin mit der Equusierbox behandeln und hoffe, dass seine Resultate anhalten. Ich werde es überrascht, dass seine Resultate anhalten,